Das Kind in den Wäldern Ja, okay Brightwell Zuchthaus, okay Ja, das haben wir mal geschafft Ist ja mal ein Wunder, volle Synchronisation Ja War auch schwer genug Hoch, hoch mit dir Ich sag, wir stehen auf Mach's gut Ich sag, wir stehen auf Ja, bin ich ja mal gespannt Was uns hier jetzt erwartet Oh Rein in diesen Gefangenentransport Ist ja schön Müssen wir wenigstens nicht selbst laufen Wie und Haytham sorgten dafür Du warst direkt an den Galgen Heute sterbe ich nicht Was man von dir nicht sagen kann Das ist genug Geh weiter Wie zum Galgen gehen? Ach cool Wir werfen sich gegenseitig mit Steinen Oder was? Nee, wir werfen gar nicht mit Steinen Hier rennen ein paar Assassinen rum Hab ich das Gefühl Kann mich natürlich auch bitten Ich bin nicht allein Gib ein Zeichen, wenn du uns brauchst Vergesst nicht Ihr müsst Hickey stoppen Er ist an Hoch mit dir Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Wusstest ja den Hellspiel, nicht wahr? Du und Georgie Boy Jetzt siehst du, was du davon hast Holz sein und sonst nichts Okay Bin ja gespannt Was uns jetzt noch alles erwartet Also wie gesagt Ich kenn die Story Aber so weit noch nicht Meine Schwestern Treue Patrioten Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott So böse, so niederträchtig Dass es mich anekelt Davon zu berichten Dieser Mann hier plant einen Anschlag Auf unseren geliebten General In der Tat Seine Finister Oder verrückten Motive Sind unklar Und er verteidigt sich nicht einmal Zeigt keine Reue Doch obwohl wir ihn bahn Und anpflegen Sein Wissen mit uns zu teilen Schweigt er weiterhin wie ein Graf Wenn der Mann sich uns nicht erklärt Wenn er nicht gesteht Und Reue zeigt Welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor uns an unsere Feinde auszuliefern Und dann sind wir von Rechts wegen verpflichtet Ihn aufzufüllen Ja, dann werde ich mir mal Hickey holen Ich bin am Flügelig am Ende Nein, sterben Lasst mich doch Dann bleiben wir Du Genau hier Hört mich doch Oh, wir haben jetzt nur eine Miliz getötet. Das ist natürlich übel. Antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Hatham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Wie können ihre Lieder immer Menschen und ihre Sorgen singen? Wie können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen? Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst. Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was im Prinzip denn überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche? Ich kann haben, was ich mag. Hat er es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Okay. Brüht euch, Männer! Brüht euch! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf! Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Hm. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal interessant zu sehen. Ja, wir haben leider nicht beide Ziele geschafft. Aber das ist erstmal relativ Wurst, glaube ich. Ja, coole Sache. Es ist beeindruckend, was du alles erreicht hast. Ist das ein Kompliment? So, Leute. Wir machen jetzt nicht weiter. Ich glaube, das reicht auch für heute. Weil wir sind jetzt auch schon wieder bei... ...eine Stunde und... Und... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020